so weiter geht es unseren kollegen von uns hat es gerade erwischt und uns auch nein das war kein guter start blutiger bildschirm selten gut okay wir haben einen alternativen startpunkt dafür anzubieten können wir auf eine andere klasse wechseln wenigstens nein leider nicht okay 20 sekunden ich schneide die raus so wir sind wieder auf dem schlachtfeld direkt am fluss und hier sehen wir schon ein baanen laufen ja da haben wir jetzt aber noch mal glück gehabt unser punkt ist zerstört ich habe keine ahnung warum aber unser punkt ist zerstört naja wir haben wenigstens überlebt hier weg das gras mal einfach so aus dem boden nein ich sehe noch keinen ja ich würde sagen hier haben wir doch eine gute position und zumindest mal mit dem fernglas sich einem überblick zu beschaffen hier am baum am besten haben wir gleich auch noch ein bisschen deckung okay ihr wisst was ich meine mit der deckung und da hatte uns schon wieder einer im visier ist das unserer ist das ein gegner er läuft nämlich in die falsche richtung deswegen ich wirklich kann es in dem fall nicht sagen weil er eben in die falsche richtung läuft aber ich sehe auch hier sonst keine gegner haben wir gegnerische feind lkw okay die haben da einen bunker gebaut so wie es aussieht oder zumindest einen und hier sehen wir schon einen kommen den werden wir gleich mal ein bisschen einheizen ja wo ist er wo ist er denn ich habe ihn aus den augen verloren ich sehe den da oben da sehe ich einen ich schätze mal das war ein gegner da der so unbekümmert darum spaziert ja sollen wir es probieren einfach mal schwimmen gehen probieren wir es einfach mal okay so wir haben es bis zur anderen seite geschafft feind helikopter jetzt hoffen wir mal wo nein der hat uns noch nicht gesehen hoffe ich zumindest hoffe ich zumindest ich krieche einfach mal hoch und schau mal ob ich hier eine gute position habe um eventuell einen mal schön zu erwischen aber ich sehe hier niemanden da kommt der heli wieder kommt der heli wieder schön hin sieht da oben seine kreise ich weiß leute es dauert ewig hier durchs gras zu kreisen aber aber so viel ich möchte jetzt ungern gesehen werden da wir wirklich jetzt schon einen weiten weg ins feindesland hinter uns haben und jetzt hoffe ich einfach dass wir hier mal einen guten treffer landen können deswegen versuche ich gerade auf diesen baum hier zu zu kriechen dann uns einen überblick nach links unten im tal zu verschaffen und dann eventuell vielleicht mal ein oder zwei bei Gegner auszuschalten so ha nur blöd hier ist keiner Ja, okay, dann würde ich sagen Schleichen wir uns weiter Vorwärts Oder wir geben einfach mal ein bisschen Gas Ich meine, ich hoffe, dass hier niemand ist Hier ist der Bunker Hier können die Gegner auch joinen, soviel ich weiß Beziehungsweise spawnen Hopp, 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 ich glaube, ich habe einen gesehen Ja, okay, der sieht ziemlich tot aus So, jetzt will ich aber einen hier Ich habe einen gesehen, aber ich sehe nicht mehr, er ist verschwunden Freiheit Da ist er, da ist er Ich will jetzt auch nicht zu schnell schießen Ach, bleib doch nochmal stehen Das Gute ist, er hat mich noch nicht entdeckt Okay Hopp, hopp, hopp Da läuft etwas Ja Was war denn das? Jetzt glaube ich, hier ist aber der eine immer noch hinter uns Könnte das unser eigener sein? Ich schaue mal kurz auf die Map Nein Hey, ich brauche einen hier Ja 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 Okay Und wieder einen Ja Und drei Hedrick Ja Ja, wie schön ist das denn Der hat, der schaut dann nämlich noch Ob wir zu seinem Team gehören Oder nicht Aber 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 ich trete jetzt lieber Den Rückzug hier an Denn jetzt wird es mir ein bisschen zu heiß Jetzt wissen drei Leute Dass hier ein Gegner lauert Aber ihr seht, wenn man ein bisschen In das Hinterland des Gegners kommt Ohohoho Da haben wir schon wieder einen Ha 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 Der hatte uns woanders vermutet Aber jetzt müssen wir die Beile in die Hand nehmen Aber der war so schön Den konnte ich nicht lassen Aber wir sehen uns gleich wieder Noch sind wir im Spiel Und dann können wir die Beile Und dann können wir die Beile Und dann können wir die Beile Und dann können wir die Beile